hallo und willkommen zurück zu lego fortnight an einem wunderschönen tag und wir müssen heute knorren wurzelstäbe produzieren sonst kommen wir nicht weiter die sind irgendwie ausgegangen das heißt für uns wir müssen schöne höhlen finden in denen wir noch nicht waren als erstes schauen wir aber in einer in der wir schon waren ob die ressourcen inzwischen nachgespawnt sind ich glaube zwar nicht dran aber das wäre der schmerzfreiste weg direkt unter dem wachturm ist hier unsere eigentlich stammhöhle da wollen wir einfach mal schauen ob es da noch paar ressourcen für uns gibt ansonsten gehen wir mal in die richtung des schönen berges da ich glaube ich habe sogar noch paar chilis im inventar wenn ich die nicht alle verputzt habe über nacht da können wir mal schauen ob wir uns daran wagen so ladesequenz hinter uns und ganz wichtig knorren wurzelstäbe beziehungsweise nach wo kommt ihr denn her aus der erde das ist aber nicht mehr wir brauchen doch nur dieses besondere holz hier die pilze sind mir egal die gehören nur an die füße ran so jetzt schauen wir mal ich kann doch hier nicht alles gelootet haben deswegen ist so dunkel ich habe fleisch ausgerüstet anstelle einer fackel das kann so nichts werden so spitzhacken nehmen mit da habe ich nur schuld im moment so das sind doch die richtigen genau diese bäume brauche ich von hier unten schwer zu erreichen da können wir uns kurz hinbauen hey tabby du sollst mit kämpfen bin ja hier auf mich allein gestellt also ein popliger ast wäre da gewesen ich würde sagen besser als nix aber die skelette sind ja heute aggressiv so was haben wir was haben wir was haben möbel bauteile treppen das reicht noch nicht ganz auf lass mich doch erst bauen und erst kämpfen mensch wo kommt ihr alle hier wo kommt ihr denn alle hier wofür nehme ich den tabby mit genau zum kämpfen könnte doch alleine ohne mich machen komm schon stell dich nicht so an die treppe gut das war vielleicht nicht gescheit platziert mal schauen ob man das na ich würde sagen es passt so baumodus verlassen und so soll das sein hier mit der wertvollen ressource da ist sie ja so die frage noch ein skelett langsam reicht mir mit euch die ganzen spitzhacken braucht man wohl nicht so wir könnten natürlich ein bisschen marmor nein das reicht noch nicht ich weiß nicht ob wir da oben schon waren ich denke mal da kommen wir ja auch nur zurückgefühlt da hinten liegt was spinniges bisschen seide so funktioniert das was müsste nein der wird mich beinahe runter gestoßen jetzt ihr habt es alle gesehen oder ist noch so ein ding müssen wir uns heute echt überall hoch hoch bauen hier zumindest sieht das so aus als ob wir hier tatsächlich ordentlich am werkeln sind in der höhle überall baugierüste und leiter ja tabby mit dir will ich immer noch nicht reden bin sauer auf dich weil du mich beinahe umbringen wolltest oder es beinahe geschafft hättest indem du mich von der leiter gestoßen hast so ja ich glaube hier sieht's da kommen wir hier da war der eingang irgendwie so war das na gut dann wollen wir uns mal sputen wir können hier noch nicht überall gewesen sein tabby hau mit drauf dann legt man mal einfach bisschen strecke zwischen uns und diese ressourcenfreie angelegenheit hier da wären allerdings auch noch welche kommt schon ja das reicht meine axt geht gleich kaputt ein glück habe ich ersatz extra dabei so genau die brauche ich so bauen wir uns da hoch ich denke ehrlich gesagt wir müssen ein bisschen mehr hülle finden mit ressourcen da können wir uns auch mal bisschen davon noch fortbewegen und zu einem ort gehen wo die in hülle und fülle von den wänden sprießen das mit hülle und fülle hat sich aber bisschen erledigt wenn ich das hier so sehe ja da ist na gut dann müssen wir halt hier hoch ich wünschte ich könnte irgendwie gescheit oben anfangen na egal gehen wir erstmal da hoch das mit den kollidern ist bisschen nervig ich wünsche mir hier bei dem spiel bisschen freieres placement weil das bringt mir hier auch nichts und dann soll es eigentlich dran snappen ist egal da snap gar nichts nun gut es geht auch irgendwie so oder hinten ist das eine zweite da hinten und das gehört alles zum selben ding kommen schon geht doch automatisch in mein inventar muss ich euch nicht nachlaufen so da oben gibt es definitiv auch noch welche mal schauen mal hier relativ schmerzfrei hochkommen ich würde sagen schmerzfrei genug und das klappt wunderbar beinahe befürchtet kriege ich nackenstarre oder warum hat das für einen moment nicht abhauen wollen ist egal mein charakter hat es irgendwie hinbekommen kurzschwert granit tafel nehmen wir mit marmor nehmen wir mit kann man bestimmt gebrauchen und schneebiere aus kurzschwert zur sicherheit was ist das denn für ein komisches geräusch hat das tabby gemacht hat sich angehört als ob die wien fährt wird das finde ich wird die höhle kann doch noch nicht schon noch nicht zu ende sein da sind ressourcen hier sind ressourcen ich glaube wir müssen echt mal in die overworld und einen anderen eintrittspunkt finden irgendwie kommt mir das hier so klein vor und das höhlensystem erstreckt sich ja eigentlich unter der gesamten map von dem was ich gehört habe also vielleicht haben wir einfach nur pech dass das hier so klein kleiner zweig davon ist nicht den richtigen weg entweder hier unten ich finde oder wir eben tatsächlich einen anderen eintrittspunkt brauchen in die große höhlen unterwelt so sieht gar nicht so schlecht aus wie viel haben wir schon gesammelt 35 stück das wird sagen das ist nicht so schlecht ist aber sehr pilzig hier ich glaube hier geht es definitiv weiter da oben auch noch mal ressourcen bisschen holz können wir ja noch verschwinden so noch mal reicht es schon nee komm schon snap doch einfach warum ja ist mir doch egal dass das im weg ist versuch es trotzdem na gut dann sieht es eben unschön aus aber alle wege führen nach rum und rum ist in diesem fall dieses schöne knorrenwurzel irgendwas darf knorrenwurzel immer noch ein merkwürdiger name na hier sieht das doch schon wieder verzweigt aus ich glaube hier war mal selten also hier sprießen die knorrenwurzeln ganz klar von der decke tabi du darfst gern mit draufhauen was machst du du bist eine angriffskatze sollst du da nicht festpacken sollst du mir helfen beim schlagen deswegen bist du dabei au das sollte mir ausweichen ich fühle mich so stark da muss ich nicht ausweichen eine kiste und noch eine kiste schneebierensamen springpulver fast nehme ich mit spitzhacke kann da rein es bleibt mal drin zur aufbewahrung äh holz können wir brauchen die treppen sind heute echt fordernd was die an ressourcen heute schon verschlungen haben na da ist doch einer auf hüfthöhe den erreichen wir jetzt aber und dann können wir gleich eigentlich schon wieder die höhle verlassen da braucht man noch eine bessere spitzhacke und dann kann es wieder weiter gehen was ist denn hier hinten ein fass mit wasser und so ein süßes kleines fass sieht beinahe aus wie so ein wikinger trinkbecher ich habe hunger das ist aber richtig und das ist nicht so gut dann einmal wird es kurz dunkel während ich mein fleisch verzehre zum glück fühlt das nicht so gut aus da brauche ich nur drei stück von der vom hinteren schinken und dann bin ich wieder satt und jetzt würde ich sagen tu mal die fackel wieder rein dann passt alles war ich an der truhe schon ja da waren ja die schneebären drin glaube ich zumindest äh ja kann ich nicht aufnehmen das ist schon wieder blöd bin ich nicht nett ich lasse die knochen und das schwert da damit kann ich im moment eh nichts anfangen vielleicht tun wir auch paar gittlige spitzhacken rein das ist glaube ich gar nicht die schlechteste Idee die ich heute hatte hier für den nächsten der es findet vielleicht freut er sich und mehr knorrenwurzeln und dann müssen wir eigentlich nur noch zurück zum ausgang ich bin zufrieden mit der ausbeute jetzt soll ja auch keine episode werden indem wir nur diese eine ressource hier abfahren na hier noch irgendwie was das sieht ja gut aus sind das Stalakmieten oder Stalaktiten äh Mieten steigen und die fallen okay dann sind das Stalaktiten sehr gut ein kleiner Merksatz ansonsten bin ich da echt raus dann schätze ich wir waren irgendwo den Leiter nach und wir finden unseren Eingang wieder nein hier kommt wieder irgendwas aus der Erde so wie es sich anhört das muss jetzt aber nicht sein gut wenn wir da hochgehen und springen dann waren wir ja eigentlich direkt am Eingangsbereich bin ich jetzt komplett komplett von allen guten Orientierungsgeistern verlassen nee das sieht halbwegs halbwegs richtig aus wir haben es gefunden da ist ja schon der Ausgang so eine erfolgreiche Minentour dann können wir kurz mal bei unserem Biber draufklicken und schauen was wir denn brauchen um das Dorf weiter upzubraden beziehungsweise au Tabby hau mal drauf also du bist bis jetzt die schlechteste und faulste Begleiterin die anderen waren irgendwie schlagkräftiger ich glaube die ist einfach ein bisschen gewaltverachtend kann ich natürlich verstehen dann muss ich jemand anderen mitnehmen ich glaube die Sonne geht schon wieder unter haben also einen Ingame Tag praktisch gebraucht nur um diese paar Knorrenwurzeln zu abzubauen jetzt werden die noch schön filetiert in die Knorrenwurzelstäbe und dann können wir damit hoffentlich einige Schönes machen insbesondere mal wieder Backup-Spitzhacken so da kommt es rein Knorrenwurzelstab schnell deponieren aber ganz schnell und am besten auch gleich alle ich will nicht alle entfernen ich will alle deponieren da klick ich glaube besser oh das ist eine richtig schöne Ausbeute die Werkbank müsste man auf jeden Fall auch aufrüsten was braucht man Knorrenwurzelstab 12 oh das ist teuer Marmortafel Sandklaue 6 Stück und Sandpanzer 3 Stück schauen wir mal in unsere Mob-Überreste das ist eine Sandklaue und das sind Sandpanzer dann sucht man noch kurz die Marmortafeln zusammen und dann können wir es tatsächlich upgraden ist ja cool dass nur die Knorrenwurzelstäbe die Scheißstäbe mit dem komischen Namen und wer bist du? ein Goldfisch Fischstäbchen Fischstäbchen sieht dich an um zu sagen ich bin Fischstäbchen wie schön dich zu treffen aber mit dir reden will ich nicht du bist nicht so cool wie die Banane vom letzten Mal und ich habe nur ein Dorfplatz so das sind sieben wir brauchen aber zwölf aber der Rest müsste eigentlich sich in meinem Inventar befinden ja bis auf die Sandklauen und die Sandpanzer die ich nur angestarrt habe anstatt die tatsächlich aufzunehmen das war ein bisschen dämlich aber so bin ich so kann ich irgendwas hier noch ein bisschen besser sortieren Knochen ja meinetwegen brauchen wir vielleicht auch ach dann behalten wir einmal im Inventar kann ja nicht schaden ein bisschen hier eine Kiste die ein bisschen freier ist hier Pfeile kann man später gebrauchen oder warum nicht Marmor dahin gehört es garantiert nicht boah jetzt haben wir ein bisschen Inventarplatz das muss reichen das muss reichen Knochenwurzelstäbe 13 Stück alles nehmen wieso muss ich dafür lang drücken oh eine Angel na die machen wir aber erst später und aufrüsten hallo ja das hat aber gedauert rüste eine Werkbank okay ich hatte einen Auftrag von keine Ahnung Indiana Jones so wie das aussieht wir haben eine seltene Waldachs freigeschalten wir schauen es einfach mal eine Spitzhacke mit Weichholzstab und ich glaube wir haben sogar Weichholz schon haben wir auch hier das ist die Waldachs aus Knochen und Holzstäben und hier braucht man Granit und Holz das ist gewöhnlich ungewöhnlich ich bin gerade mit den Äxten etwas überfordert wir haben Rittersch ne da blitzt und stürmt und greift das ja ganz schön an oh hier sind mal mehr Glücksbringer wir haben ein Fernglas ein Kompass Fackel oh wer ist denn da wieder sauer auf mich was ist das für ein Sauwetter heute Abend so dann ja die Skelette leiden auch darunter zumindest bin ich nicht der einzige das ist ja gut Dorfzentrum aufwerten wir brauchen Weichholz Obsidian und geschliffener Bernstein Bernstein schleifen das müsste man doch auch irgendwie hinbekommen wahrscheinlich nicht im Stein zerkleinerer wo denn dann hä ich dachte ich mache alle hier achso das alles entfernen hat wirklich rechts und links alles entfernt das ist dämlich vielleicht muss man deswegen lang gedrückt halten ich will doch einfach alles schnell nehmen was produziert wurde so die Spitzhacke brauchen wir auf jeden Fall dafür braucht man neue Knorrenwurzelstäbe so jetzt kann man eine machen herstellen weiß nicht warum das gerade ausgegraut war oder ausgegelbt wir haben es ja irgendwie geschafft so Jagddeutsch können wir natürlich auch machen brauchen wir aber im Moment nicht Weichholzstäbe kann ich die einfach hier mitmachen ja also hier sage ich alles entfernen Weichholzstab Rezept ändern und wir haben ja ein bisschen Weichholz aufgesammelt wo auch immer sich das befindet das habe ich glaube in eine besondere Kiste getan dass ich es ja nicht vergesse und ihr ratet nicht was passiert ist ich habe es vergessen in welcher Kiste das liegt das kann doch nicht sein das war doch hier ganz Spezial Trui Mechspezial Aufbewahrungsort ach ich bin doch manchmal bescheuert na gut Panzer und Panzer gehen wieder da unten hin Knochen behalten mal Sand Reißzähne kommen wieder dahin dann sieht es schon ein bisschen besser aus hier sind sie definitiv nicht drin eine Chance ist natürlich in meiner Holzkiste aber ich wüsste nicht warum sie da drin liegen sollen tun sie auch gar nicht oh je ich habe ein Ordnungssystem hier das ist unglaublich immer ruhig mit den Blitzen wer im Glashaus sitzt soll nicht mit Blitzen werfen irgendwie so hieß das nein ich wollte auch nicht ins Bett na gut ah ja Weichholz können wir gleich Weichholzstäbe machen schön hier oben drauf drücken ist irgendwie intuitiver als immer F zu drücken da glück ich lieber mit der Maus so Weichholzstäbe braucht man hier für wenn das richtig war ne da braucht man reines Weichholz für und ich werde eine bessere Axt brauchen um in der Wüste die Kakteen zu ernten und welche ist das das müsste eigentlich die sein braucht die echt nur eine einfache Steinachs das klingt nicht richtig wir brauchen robuste Axt aus Knochen hä wo kriege ich jetzt die gute Axt her Achtung Baumfeld ah wahrscheinlich die da geschliffener Bernstein und Knochen Wurzelstab okay dann sind die so rum sortiert macht auch Sinn jetzt erkenne ich das auch und wie kriegen wir geschliffenen Bernstein schauen wir mal was wir haben ein Sägewerk da garantiert nicht Spinnrad auch nicht Saftpresse eher unwahrscheinlich Malberg zerkleinert Nahrung in ihre kleineren Bestandteile und trennt Samen von Pflanzen also auch eher nicht Essenztisch verzauber Waffen und Werkzeuge mit einzigartigen mächtigen Essenzen oh ich wusste gar nicht dass wir das können Webstuhl okay auch unwahrscheinlich Edelsteinschleifer schneidet Edelsteine zur Verwendung im Handwerk das klingt doch fast richtig wer mal Bernstein als Edelstein sieht und Nahrungsverarbeitung haben wir noch kannte ich auch noch nicht wir brauchen Sandklaue Sandpanzer und Marmortafel und das heißt wir müssen wieder in die Wüste gehen weil definitiv gehen hier Sachen aus kann ich eigentlich noch eine Truhe dazu stellen Truhe Truhe Möbel Lager ein kleines Lager was kommt hier rein die Schneebeere dann ziehe ich es wenn das von mir so viel Input will ihr kommt auch da rein Hebenbeere behalten mal Sprengkörper kommt da rein oh nochmal 50 Knochen so viele also Bernstein ist gestackt Schild brauche ich im Moment nicht Planken lassen sich halbwegs decken da nehme ich lieber nur gar keine mit Spitzhacke sieht gut aus Hammer eine Holstab kommt auch noch hier rein und der Rest passt soweit eigentlich dann würde ich mal sagen wird es wieder Zeit für die Wüste die war ja einfach hinter dem See nur mal sicher gehen dass ich da kein Mist erzähle ja ein bisschen Wüste war hier da war Strand na gut wir sind auf dem richtigen Weg und es wird wieder Tag ist das nicht schön dann komme ich in der Wüste sogar klar vielleicht sollte ich noch ein neues Schwert machen das sieht ziemlich ramponiert aus das wäre ein ziemlich kurzer Ausflug geworden dann lasst uns einfach mal schauen was man für ein richtig cooles Schwert braucht Waffelschwert Langschwert Knorrenwurzelstab ein Glück haben wir da einige genommen also nehmen nimmt alles na gut das macht Sinn Langschwert herstellen am besten gleich zwei am besten gleich zwei wertvollstes Tool hier in dem Spiel vor allem wenn so viel Skelette rumlaufen ach verbrauchen wir erstmal das halbwegs abgeschliffene der Goldfisch ist immer noch da ich dachte die Banane kommt so langsam mal zurück die würde ich anheuern na gut haben wohl keine Wahl dann ab in die Wüste vielleicht finden wir auch eine schöne Höhle in der Wüste ich glaube das sind dann die Lava Höhlen da brauchen wir auch ganz dringend Ressourcen von der Baum hier wird dem Gewitter zum Opfer gefallen sein gut für uns können wir noch paar Ressourcen einsammeln ohne dafür was getan zu haben schau wieder Hunger was denn los mit mir außer dass ich hier stehe und von Spinnen angegriffen werde dafür habe ich ja eigentlich auch tatkräftige Unterstützung mir eigentlich erhofft naja kann nicht alles haben so Wüste voraus da müssen wir vielleicht ein bisschen weiter rein nur dem Sanddino darf man nicht zu ich werde wieder abgelenkt von einer Fee die letzten Male hat es mich nicht wirklich zu gutem Zeug geführt aber ich bin ja ein unverbesserlicher Optimist hoff mal ich hoffe dass es jetzt was richtig richtig Gutes ist Sprint nicht möglich weil mein Charakter zu fett ist das das ist natürlich schade aber zumindest ist die Immersion relativ hoch damit da kann ich mich mit identifizieren so passiert mir was schlimmes wenn ich die aufmache bestimmt spawnen da wieder Piraten oder sonst was die mit dem Chaos machen wollen Panzer Wollskralle Kürbis Knochen ok also Kiste gesteckt hat da hätte man die Fee auch einfach ignorieren können na egal hat uns oder blitzt es noch da sind fein und da ist nochmal eine goldene Kiste die sehen aber biefig aus zumindest ein bisschen nö die halten nicht so viel aus Tabby komm doch mal wieso bist du nein geh mal vom Ludwig geh mal vom Ludwig danke Sprengpulver nehmen und die Kiste natürlich auch vielleicht ist der Inhalt diesmal sogar gut ganz viel Holz also relativ Weizen brauchen wir im Moment nicht Granit mal 19 warum nicht und dreimal Feder das war eigentlich ein relativ guter Beute Zug aus einer Kiste das freut mich irgendwas hier noch was ich looten lassen will da ist doch eine Kiste ich dachte mir ein Milchtetra packen noch bisschen Granit und was soll es jetzt haben wir sechs Fackeln in der Hand die leuchten leider nicht so stark wie sechs separate Fackeln sondern nur wie eine wäre auch mal ein cooles Feature wenn man die unlimitiert stacken kann und je mehr man stackt umso heller wird es vielleicht als April Scherz im richtigen Spiel wahrscheinlich mehr störend als witzig ist ja gut ich bin doch eigentlich so tierlieb hör auf mich anzugreifen würdest du mir nichts tun würde ich dir nichts tun und schaut mal voraus so viel Bernstein klebt an der Wand aber wir sind eigentlich für Sandwölfe und Sandpanzer hier das können wir uns zumindest merken Bernstein haben wir auf jeden Fall erstmal genug da ist noch ein Lagerfeuer und das ist ein bösartig aussehender Skorpion der Fleisch warum nicht nein der explodiert au nicht mal doch das Fleisch habe ich bekommen mir ist warm oh da ist der Dino ich dachte es wäre ein normaler Wolf aber nee wieso ist es mir denn so warm brauche ich jetzt schon Schneebeeren das ging doch davor relativ gut na die Chilis werden mir nicht helfen vielleicht weil ich immer in der Nacht in der Wüste war gehen wir mal hier ans an den Rand da kann ich mich zumindest bisschen erholen ein Stück Fleisch auf den Schock dass ich beinah vor dem Dino gelaufen wäre und dann vor uns ist das Lager das ich noch gern erkunden würde hier ist auch eins mich interessiert mir dass in der Wüste da wirklich ist ich werde Schneebeeren brauchen oder ganz viel zu essen ein Glück habe ich ganz viel zu essen so die können man doch noch nicht doch die können man platt machen das war normales Holz unten ist normaler Bernstein Sandwölfe sehe ich gerade hier zumindest es nicht gehen wir mal kurz aus der Hitze raus ja werdet zu recht aufmerksam will nämlich eure ganzen Schätze stehlen das könnte man aufnehmen man kann es aber auch lassen was hast du gemacht und jetzt liegt es nur hier unten Pfeil Holz Granit Na gut so schlecht war es ja nicht war aber etwas unspektakulärer als ich das wollte so einmal bisschen Bärenstein dann können man gleich die Spitzhacke kaputt machen Mist Ersatz Spitzhacke Ja ich glaube ich brauche Schneebierensaft oder irgendwie sowas ist ja nicht auszuhalten die Hitze hier ist egal bis zum nächsten Ding schaffen wir es auf jeden Fall Kakteen kann ich noch keinen Schaden zufügen das ist richtig hui wo ist denn das andere Lagerfeuer hin da ist es da sind sogar zwei drei hier ist das eine ja ich weiß dass mir warm ist wenn mir zu warm ist esse ich einfach nochmal ein Stück Fleisch und nächst mal nehme unbedingt Schneebeeren mit ein Tumbleweed das da rum fliegt ist das nicht cool hey das hat sich in Luft ausgelöst oh das sieht hier aber oasig aus und hier ist die Wärme zumindest weniger ein Problem das ist doch schön vielleicht weil wir geschützt sind ich weiß es nicht die Ressourcen nehme ich gerne mit da oben hängt auch Bernstein und zum Lagerfeuer vor uns oh die sind tatsächlich da im Haus ein quartiert man wird die bestimmt nicht stören wenn wir das einfach übernehmen was macht ihr Piraten denn hier nein mein Schwert Tabby du machst das ich muss kurz deswegen habe ich neue Schwerter gemacht ich wusste schon dass sowas passiert ist ja gut wow ihr schießt mit Dynamit ihr macht hier echt echt keine halben Sachen und du hast eine Weichholz Armbrüst die du nicht fallen lässt das finde ich unsympathisch na gut einmal durchsuchen vielleicht ist hier ja was richtig Gutes drin kann das jetzt nicht tun das ganze Zeug konnte es runterfallen lassen nein wo ist es hin da kommen nochmal Piraten das geht aber aus Herz das geht aber aus Herz ich muss kurz was essen am besten hinter der Kiste hier danke Tabby hast alles wieder gut gemacht wieso seid ihr so stark ausgerüstet wieso seid ihr so viele nein wir haben das Hühnchen verstört das hatte ganz viele Fragezeichen pikanter Burger nehme ich gerne noch ein pikanter Burger Feder Ranken Inventar voll gegrilltes Fleisch brauche ich habe ich Schubsaft pikanter Burger na gut kann ich nicht kaputt machen die Vasen im Moment schade eigentlich und die Kiste durchsuchen na komm schon hat beim ersten Mal anscheinend nicht geklappt da ist ja das Zeug Mehl und eine Sandklaue die braucht man deswegen sind wir ja hier was werfen wir weg was werfen wir weg das Glas Sandklaue brauchen wir auf jeden Fall Granit so viel wir tragen können Seide braucht man nicht und das Mehl hätte ich gerne auch ich glaube das Spiegelei werde ich einfach futtern tut den Herzen auch so gut und mir also weil ich unten was reinziehen muss ich dachte da ploppt noch ein neues Rezept aus irgendwas was hier noch aufgesammelt werden will was selten ist ich glaube nicht na gut dann ist es doch ein perfekter Ort hier um die Episode zu beenden ich bedanke mich fürs zusehen und bis zum nächsten mal